hi moin freunde herzlich willkommen zu diesem kleinen video ich möchte euch heute einmal nur ganz kurz einladen dass ich euch ein paar garten geräte zeige die uns die meist mögliche arbeit erleichtern und welche zehn helfer für faule das sind beziehungsweise gartenhelfer das zeige ich euch jetzt kommt jetzt mal mit wir haben hier neben unserem kompost auch noch ihr seht hier hinter mir ganz viel gras flechten und so weiter und ich zeige euch jetzt das gerät mit dem ich da abhilfe schaffen möchte und zwar ist das hier so ein unkrautschaber das teil nennt sich hügel jäte der serie multistar von der firma wolf und hat auch gar nicht mal so viel geld gekostet ich glaube so um die 15 euro der stecker hier vorne dran und dass der stil ist noch mal extra zu erwerben käuflich und dann kann man das aber sehr bequem und sehr einfach und kinderleicht umstecken hier ist so ein kleiner knopf da braucht ihr nur einmal den stecker drücken und dann kann man den kopf hier die spitze quasi vorne ab machen das ist sehr sehr fest und hochwertig gearbeitet auf jeden fall hoffe ich dass er schön haltbar ist und uns noch mit weiteren steckern auch eine große freude machen wird und ja ich zeige euch jetzt mal wie das ding funktioniert und schön dass ihr wieder da dabei seid zu allererst möchte ich einen zuschauen die jetzt gerade zuschauen erst mal noch ein fröhliches osterfest nachhinein wünschen ich hoffe ihr hattet schöne tage bleibt alle gesund und munter ja und jetzt zeige ich euch hier mal das biet was ich jetzt was wir jetzt schon seit zwei jahren relativ verschont haben beziehungsweise nicht geschafft haben und ja in diesem streifen hier direkt vom kompost haben hat sich jetzt die letzten jahre so viel auch zeug angesammelt und ich möchte euch das jetzt gerne einfach mal mit diesem kleinen gartnerhelfer hier zeigen wie mühelos das doch geht und ihr setzt ihn einfach hier am boden an die serie multi star von der firma wolfgarten erleichtert wirklich dem gärtner das den totalen alltag und versüßt das wirklich finde ich denn es erspart krass dass man sich mega abrackern muss und mega abdrücken muss und das gute ist ja dass man nicht jedes gerät oder für jeden helfer ein extra stil bezahlen muss sondern dass man den einfach tauschen kann oder oder wenn er kaputt geht dann auch einfach nach kaufen kann und ja wenn euch die nächsten zehn teile auch interessieren dann schaltet auch gerne wieder ein wir sagen tschüss bis zum nächsten mal